hallo liebe freunde des gepflegten missthaufens hier sind wir bei einem spiel in dem es genug davon gibt also ich weiß nicht was echte zu machen aber hier kann man ja mit einem kalinchengehege komplett amazonas zu düngen haben was zum handeln okay so hier mit zurück bei let's build so und wie letztes mal schon angedroht jetzt kommt überhaupt das also hier geht es immer in dem spiel wird die langweilig ein riesiges feuer am park wir brauchen meine hilfe wir müssen tiere retten was kriegen da okay machen wir wasserschweine das ist ja überraschung da habe ich ja zum glück nicht so viel wo sind die denn sie schon verdurstet oder was ich hatte mal wasser schweine hier sie mit dunkel geworden okay die dunkle art herz hier durchgesetzt die fleckten hier ist lustig ich muss hier vermehren sich da habe ich keine grenze eingesetzt okay hier geht schon recht schlag auf schlag ich wollte eigentlich sagen ich habe den fang an den zu ihr ein bisschen auszubauen wir haben ihr grundstück gekauft und schon mal was versucht ein bisschen zu verbessern den tiere ein bisschen mehr platz zu geben schrauber noch einer los ja wir haben die hier ein bisschen umgebaut das gegen so laufen hier um die techniker kann nichts zu tun oder was und die bären brauchten mehr platz für bären scheiße hier so und die ja auch wie süß die haben ja kleine mini hippos wieder hier so sie key sein künstlernamen oder was der zukünftige hippo rapper susie key ist hier am start hallo okay ja und hier braucht ein bisschen mehr platz unsere erdmännchen brauchen auch ein bisschen und rebellieren hier wieder die brauchen mehr bereicherung noch alles da ich kann dann kaum noch was dieses kegel stopfen katz baum habe ich ihn schon verpasst und ab karton noch viel platz weg problem und dann hüpfte den karton freunde so hat das schon gereicht zu futtern brauchen ja 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 also hier müssen wir noch einiges bauen und verbessern auch hier oben haben ist ein bisschen expandieren kreisch sagt das pferd ok also es gibt genug zu tun hier hier mit dem strauß ok weil ich sehr neu gekommen schon ganz vergessen ist zu viel die pandas haben die woche mehr kann es sein hier ist aber am tag nicht drin und schon dass sie 60 neue tiere ja wie das tapir hese sagt boogie das schon immer so aus ok ich weiß nicht so hunger tot das übliche er sind tot lucifer ist tot oh mein gott die kirche wird sich fragen in rom werden jetzt die sechflaschen aufgemacht champagne ja eher sagen ja lucifer hat dahin gerafft ich könnte sagen es waren doch zu viele engel in seinem gehege muss das ein schwein hähnchen haben wir hier also nennen die das haar ein das ist doch total bescheuert ok wir haben einen schwein hähnchen hier gehen gezüchtet hier ist auch wieder hat einer unsere gänselöffel abgegeben major major kriegt das militärisches begräbnis ok tja noch einer sehe ich jetzt hier oben auch einer von den eseln hat jetzt heugebissen freak ok auch weg hat es nicht geschafft jetzt was jetzt verdurstet hier passiert ja nur wasser ok seiner tod jetzt hat lieber wasser was hier passiert sind ding nochmal wasser ding sein 1 2 der esel ist verdurstet also passieren wir haben ein mini mini frodo die mini schildkröte geboren frodo halte ich kann von ringemann freund ganz üble geschichte ok lud sich das ist mir jetzt krispa ist hier hektik in christ erwartet was auf uns sondern da wir haben wieder gentechnisch umgefummelt und haben eine gänse ente eine inanz geschaffen frage ist jetzt ist es eher intelligent frage müssen uns angucken und so da ist man weiß ja eben nicht was jetzt hat priorität vor den genen her das sind überhaupt zu viel auf einen kampf ich glaube dass ein hat den ball im schnabel der kopf ist nur dabei so was kommen hier vor schwimmen acht punkte nicht viel machen mit vorne das haben wir noch nicht was der euro wir könnten ein pflanzpaket pilze bauen der nähe so nix so wirklich gut ist dass du so gebrauchen könnten könnte ich auch bisschen weihnachtlich ja mal hier machen steinpaket große steine schon sehen dass wir noch mal für das aber eher für die zuschauer und besucher regenbogenbänke ok die brauchen wir auch ja kein popcorn stand in meinem zu ist das ein gott aber ein bisschen gepennt kann doch nicht ohne popcorn hier umlaufen ist das hin oder der kollegen noch nicht weiter forschen so ja du mit einem ticketpreis das haben wir hier speichern ok hier ist irgendwas eine handelbare variante wir können einen tap hier verkaufen ok wir haben eine aufgabe erfüllt lege ein genom fest bild ein genom indem du alle zehn links da müssen wir an den textfeldern arbeiten leute das ist so riesig und pixel ich und dann könnt ihr nicht keinen satz vollständig reinpacken so wir haben ein genom erforscht wir haben anscheinend sagen die hat hier ziemlich gewonnen erfolgt und haben jetzt diesen tas completed wunderbar hier da kann man bald noch was machen okay so haben wir noch eine zugstation eigentlich schicki tag auf gott schicki da hat es auch in gerafft die alte banane wo es jetzt hier in das also und ja noch zu wenig wasser hier noch in die engelter pingeln ja gut das ist die hygiene hier ist auch so eine sache dann noch wenig wasser nicht dann wieder verdurstet hier nur dass man die gänse gänse das durch ein fragezeichen wildschweine haben wenig wenig wasser weil hier sind die strau die straße wie heißen die paus angekommen halleluja genau auf die v angelegt oder weil ich nicht wo sie noch okay hier nicht mehr geworden geholt brauchen die brauchen wald okay weil es brauchen die die gänse brauchen noch mehr wasser da ist noch platz da laufsteller freund wald das passt ja alles noch nicht ganz zusammen dann bauen wir mal schnell ein waldgehege hin bevor noch irgendwas passiert machen wir mal pause wald dann können wir hier einen zugang machen unten oder das ist hier ein bisschen gehweg frei macht das hier so hin so dann haben wir schon mal das gehege fertig wasserbecken rein und ein laubhaufen ob der katholischen laubhaufen verstecken vor kratzbaum naja wahrscheinlich auch keine ahnung ich glaube dass da muss man sich eh nie an die realität halten hier was du die tiere brauchen nicht das wird einfach benutzt das dient hier zur belustigung und dann ist es eigentlich komplett egal ob es zu dem tier passt weil wir sind hier nicht in der realität so klappt das ist so warum habe ich auch schon kratzbaum hier bei den erdmännchen eingebaut und gucken was die damit machen und hier das augen kratzbaum ich habe noch erforscht bis jetzt habe ich noch keine hirn gesehen die sich an kratzen aber gucken wir die damit machen keine ahnung so dort haben wir soweit fertig bob hallo bob müssen wir noch sehen können da ist es versorgen das ist die neue in lands das ist doch hier eine ganze mit hier ente wo will ich die so soll ich den den gewinnen jetzt hier finden das ist riko sieht alle gleich aus das tierfläche warum sieht die fliege ich bin ganz aus das ist ja verwirrend keine ahnung wo es hier die in lands ist oder dieses neue maria da liegt der tote ganz so ein weißer haufen das ist hier keine ahnung wie heißt es kann die pumpkin ok pumpkin die ganz ganz in weiß haben wir das tierpflege problem da gibt es ein problem die man plötzlich wegen immer für ein problem haben weil es gab ja ein großes update von dem programm mit einigen verbesserungen und so mal gucken wie sich das hier auswirkt es soll auch in der verwaltung ein bisschen einfacher werden solche soll man jemand einstellen können der sich zum beispiel auch um den nachwuchs ein bisschen mehr kümmert also dass er nicht die gehege explodieren weil plötzlich ja viel zu viel nachwuchs da ist von einem auf den anderen tag sozusagen weil das ist dieser parfait lustig aus der teilweise schon was anstrengend jedes gehege einzeln wirklich zum menschen ob die sich vermehren sollen oder nicht und was war sich so haben wir unsere pfauer der pfauer ist nie genau das ist auch mal komisch einer ist oben eine runde angeordnet das ist ein bisschen noch mal verwirrt gemacht so und haben die v auch hallo ihr dinger hüpfen dann hat schon mal den duftstand entdeckt und nichts aber liebt man gehege finde ich gut dann taucht woanders die natur ein vogel gegen wald lässt sie die vögel doch nicht mich so wir machen noch den weg weiter man sieht dass man hier lang latschen kann das hat hier einen geruch so dann haben wir hier auch einen weg geschaffen dann sieht das ein bisschen ordentlich aus und die lampe versetzt war mal ein bisschen hier so dann machen wir noch tierpfleger so machen das will ich auch sagt so ein bonus wir brauchen noch auf jeden fall angestellte ist noch mal ein paar rekrutieren wenn wir wieder einige neue tiere dachse dachse auch eine stinkende wachse mit dem los an dachshater ab aus meinem zoo viel pferde misst gute dünger für unsere rastflächen und eigentlich müsste das hier noch grüner sein unsere wir mal nicht erst mal butterscotch gehörte tiere und das gott das ist auch ein interessanter name der merkwürdige gute team aber okay die gute tiere muss ich übergeben aus den urteilen hier so die arbeiten auch irgendwie keine ahnung die hier eigentlich machen tod chiquita das wissen wir schon umer geburt champ an roter panda ist geboren worden champ auch wie süß der kleine zwei kleine rote panda würde ich mich gerade buddha und champ jetzt ein etwas weniger roter panda und ein ganz roter panda also leicht roter panda oder panda leid genau okay mehr einsam ausgaben ist gut und verbrauchen viel wasser dafür machen so einen eigenen strom um sehr viel gas eingesammelt also wir sind zumindest zu co2 mäßig und guten weg das hat er mit seinem handelbaren gedürzt immer hier na guck mal gibt es hier irgendwas interessantes könnte ein vogel strauß noch mal dazu tun der ist ja jetzt ganz alleine dann sein gehege was auch gut ist er vermerzt sich allerdings nicht warum was er natürlich viel über oklenzoo der gibt uns zwei straße für ein esel wesley aber wesley kundin hier muss sein dass ich was im klug scheiße gewesen ok nehmen wir den dafür kriegen wir zwei straße wunderbar und die haben wir ja auch schon praktischer weise hier und der straße hat auch schon die schildkröte trägt die ganz hektisch diesen neuen spielball um also ich weiß nicht immer wenn ich die angucke sich ja wirklich gut druck also diese schildkröten zu hektisch mann o 한번 habe hier benzin zu viel hatte mann macht wenig wasser immer noch also eine punkanbindung jetzt eine wasser pumpe in setzt naja wenn wir eingeben müssen normal hierße weise strand hier oben ist noch eine abdeckung da da macht mich auch noch eine punkte hin für nächsten gehege die dahin kommen in die richtung hier noch alles verschiedenste toiletten wildwestern toilette wie sieht die aus da auf die behalte wildwestern auf die toilette gegangen ist asiatisch sie als hier bauen kann ein pinguin mal einmal will einmal kommen die genug haben das gebiet abgedeckt und die machen wir auch noch einen hin was machst du für zonen okay dann machst du auch die straße mit dabei läuft haha erwischt so aha neue bewerber wollte ich kann gucken ein gehege ist blockiert ja wo denn hier habe ich mir gedacht die blöde spielzeug hier irgendwas blockiert das jetzt keine ahnung was das will ich bewegen blödes ding ein bisschen mehr in die mitte machen ja ja ich 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 der ist vielleicht wie ich ja man kann ja hier laufen also der braucht immer ein kistchen immer frei glaube ich dieses gegenständen unser werter hier mit der laufen können wasserprobleme schildkröten wir können hier läuft zu viel oder was war viel schluck specht wo sage ich nur diese hektisch trinkenden schildkröten also ich weiß nicht wasser brauchen die denn noch mehr dann können das wasser schildkröten dann kriegt er gar kein wasser so ab jetzt davon da machen wir ein großes ding das nimmt doch viel platz weg vorne ist jetzt reichen ja ich bin schon grunzen sie fröhlich diese peter das ist wieder ein stress hier bei bewerber tierpfleger da wollte ich hin so angestellte wir brauchen tierpfleger ohne ende ja da bin rum in der forschung so was haben wir denn hier für leute jetzt mal das sieht gut aus wir suchen recht weiter wo ist der vogels liegen und freund so kannst du dich dann gleich mal um die die kümmern und die gänse und um die händen rund um die erdmännchen weil die machen mal viel hektik viel stress und haben auch viel dreck sondern hier noch mal auf jeden fall pro gegen ein und hier mit zwei die sich um kümmern und immer die manuell gibt uns eine aufgabe lege noch ein genom fest um das meistens am christopherspleißer zu bekommen aus zumindest zwei genome also ist es wichtig dass du noch eins entdeckt weil man auch alle zehn spezien variant eines tieres um seine forscher wegen automatisch genomen fest heißt das wahrscheinlich gäst es ist egal wer du die tiere bekommst solange du sie bekommst ja ich das machen okay geheim ist jetzt wir sind für die regierung und hätten gerne dass du hilfst unsere super super geheime organisation zu finanzieren warum soll ich das machen kann die bescheuert ich habe ein zoo die ist so geheim dass sie noch gar nicht existiert was sie was sie tun naja das können wir die nicht sagen sonst wäre es ja nicht mehr geheim agent bob best diese notiz wird sich selbst zerstören nachdem du sie gelesen hast finanziere diese merkwürdigen männer nicht diese quest wird für eine gewisse zeit nicht nur verfügbar sein finanzieren die leute mit 10.000 dollar ich mach das mal man muss ja mal was wagen okay wir können kuh verkaufen für was der kuch oh mein jetzt das war ja hey wie soll das die paar roben für mich zu bekommen haben sind wir an der turbo wo sie können zwei stunden unter wasser bleiben obwohl sie luftatmende säugetiere sind sehr gutes tier ich tausche gegen andere sehr gutes tier die kuh das deutsch okay wir sind in die spiegel übersetzungen zu kriegen ist nicht so einfach robben also die atomarmote der tierwelt ich habe keine torpedos hier bin ich auch noch was nein ich brauche keine wasserschweine der lernt das nicht der nennt es einfach nicht kängurus oh das wird interessant aber wir könnten wir robben kriegen dann nenne ich die erste arjen in toronto können wir für einen tapir zwei pinguine bekommen und hier kriegen wir für einen gürteltier zwei antilopen wir haben ameisen umbeleben riesige näste von feuerameisen regen unsere besucher wirklich auf wenn du uns ein gürteltier schickt können wir ein oder zwei können sie die ameisen fressen und wäre gleichzeitig eine wunderbare attraktion für unsere kunden ich komme mir aber so schlau vor weil ich ein problemlösen gleichzeitig und zu verbessere so kommt mir das auch immer vor ja gut machen wir dann brauchen wir nach den wüsten gehege für die antilopen zart können wir loswerden oder brindle und auch beide das würde natürlich sorgen dass unser gehege ein bisschen kleiner wird auf der anderen seite wenn ich beide weibchen die abgeben habe ich nachher überhaupt keine die sie mehr fortpflanzen ich denke mal brindle uns wahrscheinlich auch schon ist noch fruchtbar okay die beide schwanger okay dann wäre es ja auf jeden fall gut eins von beiden loszuwerden dann bin ich noch mehr haben und wenn wir eins weg schicken muss ich beide so dass es angehakt hat ich muss ja auch züchten damit natürlich haben wir ja beide weg geben wir ein bisschen blöd okay dann machen wir das das ausgewählt jetzt so machen antilopen da brauchen wüsten gehege das wäre natürlich jetzt cool die packt man mal zu den jähnen mit die barbers zum spielen haben und ich gemeine antilopen okay da brauchen wir einen wüsten gehege oder die savannah brauchen und savannah und warum hier ein savannah und links wir brauchen ja hier gebe ich das lassen wir mal so wir haben schon auf platz brauchen aber das war so so haben wir hier savannah man kriege ich schon mal gleich wasser ist die pumpe dann macht man großes hin wenn schon denkt schon würden hier schon mal einen laufhaufen ball dann gucken wir mal was sonst später brauchen so klippen klippen brauchen antilopen auch immer die springen da gerne rum keine ahnung wir bauen uns einfach mal ein so das muss ich das erste reichen so haben wir noch 99 bewerber bekommen noch ein wahnsinn jeder hier arbeiten möchte kann besucher alles wie in ruhe auf meinen zooverwaltung wir haben noch mal selber okay hier ist ein einsterling hier kann man gut die leute nach machen wir sind ein bisschen unhöflicher jonas so haben wir jonas angestellt die dinger können wir jetzt auch ändern optisch das ist auch neu dann kann man denn hier so anderes aussehen geben müssen gebäuden ich habe jetzt mal das genommen jonas schon mal direkt unzufrieden so hört sich das ich habe gerade eingestellt so jetzt natürlich noch was geben hier also die bären sind das sieht scheiße aus sondern dann machen wir auch die pferde mit dabei auf jeden fall einen der sich da mehr umkümmert sondern hier die dachse und kommen die hippos scheinen auch dauernd nach futter dann haben wir auch mal eine doppelversorgung die schlanken damit machen ist also am weg so dann haben wir noch eine gewirkt arbeitsmoral ist sehr gut hier gehen wir dann haben wir den auch hier sieht es ja relativ gepflegt auf der ecke also wir haben hier auf der rechten seite hauptsächlich ein problem an die straußen angekommen hallo ihr hüpfer snowy kibbles und casey snowy aus dem typischen straußenname kann sich hier noch einer um die bären scheiße kümmern die ist gar nicht mal so einfach zu handeln ist das euch ebony haben wir eingestellt ebony du kannst schon mal dich dann hier um die neuen antilopen kümmern auch um die kleinen racker hier so dann müssen wir noch mal gucken die gänse sehen jetzt ein bisschen besser aus ist ein bisschen sauber können ja auch noch hier so einmal quer laufen die noch ein gehege kommt ja sie liegen jetzt bis fies macht man das wenige suche aus können so schlecht macht auch die jähne mit so man kommen jetzt später hier noch das nächste gehege geben dann nehmen die jähne wieder weg wir sollten ja auch schaffen können die leute so den genomen da so haben wir das auch geburt picasso ist geboren worden und schmier mir nicht das ganze gehege voll und freund tot paffe die schlange oh mein gott ist ein gürtel geworden speicherspiel stelle über die pflege ein hallo war mir gerade gemacht wirklich wahnsinnig jetzt ist ja es gibt viel zu tun alter falter eigentlich wollte ich noch mal was bauen hier oben so ganz zurzeit schon ja man kommt aber nicht dazu das sind einrichtungen moment park 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 einrichtungen so wollte das ausbilderung center ja mal bauen diese ausbildung ist ziemlich groß so da ist der eingang okay so baue ich die mann hin und dann guck mal was da passiert wahrscheinlich konservierung muss das tier konservierung ist das populationszahl das heißt dass die ziel gürtel tier tapir also wir können also eins dieser tieren die wildnis entlassen also eins so wasser schweine sunday pombo pongo ja schon soll wenn die waren männchen oder 48 gut ab und dieses leben vorbei 49 ja ich sag's euch wenn ich den jetzt auswählen und dann sage ich frei lassen was hier dann heute aber auch so lokal zu aller herzen zum ersten mal ein tier wie die freiheit entlassen haben dann gebe ich den ersten von vielen solcher taten tierpflege die erklärung ja ist gut jetzt es ist zwar wunderbar dass menschen hinzukommen und sich unsere tiere ansehen können aber es ist noch besser zu sehen wie so großartige kreaturen ihre natürlichen lebensräume zurückkehren so hier sieht man wie die teepflege darauf vorbereiten das tier wie den wildnuss zu werfen und wir hoffen dass wir durch eure kondition von zuchtprogrammen sorgt für den studien einige arten vom land des aussterbens zum kohlen können füllen wir sehen wir jetzt nichts aber gut das wasser schwein also so kann man auch ein bisschen ein bisschen die überpopulation wieder loswerden und also nicht nur hoffen natürlich von selber sterben sondern eben auswildern mich auch wieder ein bisschen platz zu schaffen ist ja durchaus nicht schlecht irgendwie muss man diesen diesen druck hier auch ein bisschen loswerden ich kann es auch irgendwann aus die tiere hast du keinen nachwuchs mehr das ist auch wieder blöd ich habe jetzt hier mal wieder eingeschaltet dass sie sich vermehren können da muss man aufpassen wenn man das einmal vergessen hat das gehegel leer so die dachse können jetzt auch wieder freigeben so so dann bin ich mal gespannt ein bilder ist gut da nicht gerade stoppen nehmen wir haben wir noch eine bahn eingang hier liegt doch viel müll rum wir brauchen noch ein hausmeister wir brauchen noch ein hausmeister jetzt ist soweit so hier wird es langsam voll gemüllt also brauchen wir niemanden der sich um den bereich kümmert klar da warten wir ja bisher auch noch niemanden weil wir das neu gekauft haben also müssen wir auch ein bisschen expandieren so die haben alle kohldampf so hier rein flop und schon direkt auf dem berg drauf habe ich nicht toll gemacht felsen wenn man das nennt so dann war das hier eine neue folge von netzbilder so und wir werden unsere ganzen misthaufen los wie immer also hier kann man hier einfach mal in ruhe zu gucken das ist immer stress naja dann bis zur nächsten folge wenn wir unsere nächsten tierchen holen werden die werden uns nämlich holen und dann vielen dank für zuschauen bei bei und ja haltet immer euren kratzbaum sauer ja ja ja